Ich hab Schiss bekommen und bin abgehauen. Und haben den Kurt hier einfach so da liegen lassen. Sagt bloß. Miriam? Kennen Sie den? Nö. Wie kommen dann Ihre Fingerabdrücke drauf? Wir haben noch mehr darauf gefunden. Blut und Haare, eindeutig vom Opfer. Miriam. Was ist an dem Abend noch passiert, nach dem Streit mit Kurti? Ich hab unbedingt noch was gebraucht. Und der Kurti? Ich wollte ihn doch nicht umbringen. Ich wollte ihn nur eins überziehen. Ich bin noch nieg parfum. Ich bin noch nicht überlegen. Ich bin noch nieg eeloofliegt. Ich bin noch nieg struggles.